Hallo ihr lieben Schützen, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den Monat Juni 2021. Es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich euch wieder hier mit an Bord zu haben und ja wie immer möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen die hier den Kanal so wunderbar unterstützen durch die Abos und Likes mit den wunderschönen Kommentaren und auch den schönen Botschaften die mich per E-Mail erreichen und natürlich auch noch mal ganz ganz herzliches Dankeschön an alle die den Kanal mit Spenden unterstützen. Ja und ein herzliches willkommen natürlich auch an alle die hier zum allerersten Mal mit dabei sind bei Kings and Queenster Rom. Ich möchte hier noch so ein paar Dinge im Vorfeld kurz ansprechen. Es ist also wie gesagt eine allgemeine und auch intuitive Legung und das kann durchaus bedeuten, dass nicht jeder sich hier angesprochen fühlt oder sich nicht jeder wiedererkennt in dieser Legung oder sich eben auch ergänzende Botschaften vielleicht wünscht. Ja dann seid ihr natürlich sehr herzlich eingeladen euch eines der anderen Videos anzuschauen zu eurem Aszendenten, zu eurem Mond oder auch zu eurer Venus und dann findet ihr dort vielleicht die passenderen Botschaften oder eben auch ergänzende Botschaften und wer ganz konkrete Fragen hat, darf natürlich auch sehr gerne mal hier unten in der Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr den Link zu meiner Website. Ja die Themen, die ich anspreche, sind für gewöhnlich die Themen Beruf und oder auch Beziehung. Manchmal sind die Legungen auch sehr spirituell, dann kommen sehr spirituelle Botschaften aus der geistigen Welt. Ich kann es im Vorfeld nicht immer so genau abschätzen und ich kann auch nicht immer alles ansprechen, was ich sehe, weil sonst einfach die Videos viel zu lange werden. Das ein oder andere müsst ihr vielleicht so ein bisschen übersetzen auf eure eigene Situation. Und noch ganz kurz, Königinnen und Könige und der Herrscher und die Herrscherin sind in diesem allgemeinen Legungen geschlechterunabhängig, können andere Personen anzeigen, aber auch durchaus eure eigenen Energien widerspiegeln. Und zwar geben die Königinnen mehr die Innenschau wieder, wie ich innerlich mit einem Thema umgehe. Und die Könige beziehen sich mehr auf die äußere Handlungsebene, also wie ich im Außen mit einer Situation umgehe. Genug der Vorrede, eure Karten liegen auf dem Tisch und man sieht total spannend aus, was sich hier bei euch gezeigt hat. Viel Veränderungsenergie, Klarheit sehe ich, aber gehen wir mal eins nach dem anderen an. Wie immer fange ich hier mit der ersten Karte an, die ja so ein bisschen auch als Systemkarte verstanden werden kann, sprich diese Energie, das ist so der Grundton, der sich jetzt durch den kommenden Monat zieht. Bei euch ist es ein Ass, und zwar das Ass der Schwerter. Ja, das Ass der Klarheit, der eigenen Wahrheit, der eigenen Wahrhaftigkeit, der eigenen Erkenntnis hat dadurch eben auch oft zu tun mit gewissen Entscheidungen, die getroffen werden. Man ist nicht einfach gewiss, in welche Richtung man gehen möchte. Wenn zuvor Dinge ja unklar waren, man gezweifelt hat, dann ist für gewöhnlich mit dem Ass der Schwerter angezeigt, okay, jetzt habe ich die Idee oder ich weiß jetzt, in welche Richtung es für mich weitergeht. Oder wenn ja bestimmte Dinge nicht so richtig zu durchschauen waren, Unklarheit in irgendwelchen Bereichen geherrscht hat. Ja, also hier kommt jetzt so, ja, die Gewissheit einfach zu euch. Ja, und das führt eben oft dazu, dass man durchaus Entscheidungen trifft. Die kann, das kann schon mit anzeigen, dass manchmal auch Trennungen stattfinden im Beziehungsbereich, aber auch, dass man sich vielleicht von einem bestimmten Beruf oder von einem bestimmten beruflichen Umfeld trennt, ja, und was Neues eben anfängt. Also das sieht schon mal ganz spannend aus. Generell nochmal jetzt kurz zur Erinnerung, ja, also Ass sind immer erst mal ein Potenzial, eine Tür, die da ist. Es liegt immer auch so ein bisschen an unserer Aufmerksamkeit, an unserer Wachheit, das dann auch wahrzunehmen. Okay, ich lege jetzt aber mal noch Klärungskarten dazu. Die Sonne und der Hierophant. Sehr, sehr spannend. Sehr spannende Legung, die sich hier für euch präsentiert. Ja, die Sonne, das ist ja die Karte oder eine der Karten, die mit inneren Glück, innerer Glückseligkeit zu tun hat, innerer Zufriedenheit zu tun hat und eine sehr, sehr kreative Karte ist. Ja, die hat ganz viel mit Schöpferkraft zu tun. Und mir scheint, hier ist so ein bisschen die Erkenntnis über die Talente, die in einem vielleicht so ein bisschen schlummern, die man bisher noch nicht für sich entdeckt hat, die vielleicht, oder die neu, eine neue Bedeutung für einen bekommen. Ja, man entdeckt vielleicht in sich neue Aspekte und hier kann es durchaus auch sein, dass man sein Leben in der Form umgestaltet, ja, dass dieser Aspekt der inneren Freude, der inneren, ja, des inneren Kindes auch irgendwo so ein bisschen, ja, das spielerische, schöpferische, dass das mehr Platz bekommt im eigenen Leben, ja. Mir scheint, hier ist so eine Umstrukturierung irgendwo im Alltag, möglicherweise generell auch so im Beziehungsbereich, Freundeskreis, Bekanntenkreis, ja, durchaus auch romantische Beziehungen, die hier davon betroffen sein können. Ja, sprich, man sieht einfach, okay, mit wem habe ich noch eine Verbindung und mit wem hat es sich irgendwie vielleicht so ein bisschen auseinandergelebt. Welche Beschäftigung, welche beruflichen Interessen habe ich vielleicht schon lange, aber habe mich nie getraut, denen nachzugehen, aber ich spüre jetzt, okay, ich bin jetzt bereit, ich möchte diese Dinge ausprobieren, ich möchte hier mehr entdecken in mir, von mir und vielleicht auch weitergeben können, ja, denn der Hierophant, ja, der hat durchaus auch mit Gesellschaft allgemein zu tun, der hat damit zu tun, dass man sich weiterentwickelt, das ist die Karte des Lehrers und in der hohen Schwingungsebene sogar auch der spirituelle Lehrer, also hier stehen oft, ja, wirklich auch diese inneren Erkenntnisprozesse dahinter und ich denke, der, ja, die Motivation sozusagen ist die Sonne, ja, hier ist so ein Streben nach innerer Zufriedenheit und das ist wunderbar, weil das auch anzeigt, dass hier vielleicht so ein Wandel stattfindet, dass man dieses Glück nicht mehr im Außen sucht und sich dann auch abhängig macht von äußeren Umständen, sondern dass man dieses Glück jetzt in sich selbst sucht und auch findet, ja, und das auch weiterentwickelt, in verschiedene Lebensbereiche einfließen lässt, ja, also das ist schon mal hier ein ganz, ganz wunderschöner Start für euch und ich habe es vorhin schon angesprochen, die Asse sind eben ein Potenzial, eine Tür, die sich hier öffnet und die Buben sind dann tatsächlich die Folgekarten in der Reihenfolge des Tarot, sprich, die stehen auch dafür, dass man sich diesen Möglichkeiten, diesen Potenzialen gewahr wird und die auch annimmt und damit arbeiten möchte, die umsetzen möchte und ja, also der Bube, der Schwerter nimmt sozusagen diesen Erkenntnisprozess, als diese innere Klarheit, diese Wahrheit und steht sozusagen dafür ein und arbeitet eben damit, ja, und der Bube, der Schwerter hat ganz viel zu tun mit Kommunikation, mit Austausch, Austausch möglicherweise mit Gleichgesinnten, generell sich zu informieren in Bereiche, die mich vielleicht interessieren und bei denen ich noch nicht so viel Wissen habe, ja, also ich denke, hier kommt unglaublich viel in eurem Leben in Bewegung jetzt im Juni. Auch hier lege ich mal die Klärungskarten dazu und das ist auch fantastisch zu sehen, ja, diese Reihe hier mit dem Ast der Schwerter, Buh, der Schwerter, Ritter der Schwerter, das ist wirklich ein Entwicklungs- und Wachstumsprozess. Hier haben wir die Kraftkarte, also zweimal Löwekarte, ja, also Solarplexus und Herzchakra aus, das sind die Schöpfer-Chakren letztendlich. Ja, also ich denke, hier passiert, hier kommt unglaublich viel aus der Herzebene, aus dieser Schöpfer-Ebene heraus und es ist nicht mehr so, wie das vielleicht früher gewesen wäre, dass man gesagt hätte, ja, ach, ich interessiere mich, ich finde das interessant, aber das kommt für mich nicht in Frage, ich kann das sowieso nicht, ich werde das sowieso nicht lernen oder ja, diese ganzen Aber- und Zweifel- und Angstbesetzten-Fragen, die werden hier aufgelöst, ja, die haben nicht mehr diese Kraft und nicht mehr diese Bedeutung und man hat jetzt sozusagen auch den Mut, hinter die Kulissen zu schauen und da ergeben sich jede Menge neue Möglichkeiten heraus, ja, fünf der Stäbe, die, ja, heißt zwar, ist da die Karte der Konkurrenz, die heißt allerdings die Kinder im spielerischen Kampf, sprich, hier geht es auch um eine kreative Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten, mit verschiedenen Visionen, mit verschiedenen Themen, die einen interessieren. Hier geht es noch nicht so sehr darum, dann konkrete Entscheidungen zu treffen, sich konkret für einen Weg zu entscheiden, sondern erst mal wirklich hier diese ganzen Informationen, diesen ganzen Input für sich zu sammeln, sich da reinzufühlen, sich das anzuschauen, wie gesagt, vielleicht sich auch auszutauschen mit anderen Menschen, um dann zum späteren Zeitpunkt konkrete Entscheidungen treffen zu können, ja, und wie gesagt, es kann ganz, ganz unterschiedlichen Lebensbereichen stattfinden, es kann auch alle möglichen Lebensbereiche nebeneinander betreffen, also hier ist so viel Umstrukturierungsenergie in dieser Legung angezeigt und auch in dieser Zeit sowieso auf der kollektiven Ebene, ja, und also hier haben wir dann die Weiterentwicklung mit dem Ritter der Schwerter, ja, also das verdichtet sich so richtig, was hier noch so im Potenzial liegt, das nimmt Struktur an, das nimmt Form an. Manchmal ist der Ritter der Schwerter hier ein bisschen ungeduldig, ja, also dann ist man so energetisiert und dann möchte man ganz schnell nach vorne, da rate ich immer so ein bisschen einen Schritt nach dem anderen, also gerade wenn man hier Neues aufbauen möchte, anfangen möchte, das eben auch eine langfristige Entwicklung haben soll, dann ist es immer ganz gut, ja, zwar diese Energie, diese mitreißende Energie schon für sich zu nutzen, aber eben auch darauf zu achten, dass die Dinge ein stabiles Fundament haben, ja. Und ich denke, hier Kommunikation und Austausch ist was, was durchaus im Vordergrund stehen könnte hier im Juni. Tja, das ist ja zu viel, ich bitte um einzelne Karten. Fünf der Schwerter, die Konfliktkarte und neun der Stäbe, okay, ja, also das kann natürlich sein, dass hier im Vorfeld sozusagen noch ein Konflikt oder ein Konflikt sozusagen, wie soll ich das formulieren, ein Auslöser möglicherweise ist, der diese Entwicklung hier jetzt anschiebt, ja. Das kann ein innerer Konflikt sein, der aus Ängsten und Zweifeln zum Beispiel heraus geschieht. Das kann natürlich auch ein äußerer Konflikt sein, ja, in der Beziehung oder auf der Arbeit, im beruflichen Umfeld, im freundschaftlichen Umfeld, wo auch immer. Aber dieser Konflikt führt sozusagen dazu, dass ihr für euch eine klare Position findet und euch gewiss seid, ich stehe hier und das ist meine innere Haltung, das ist meine Wahrheit und dafür stehe ich auch jetzt ein, ja, weil das ist mit dieser neun der Stäbe hier noch dahinter, das ist ja eine Karte, die ganz viel mit Reflexion zu tun hat, mit sich, mit Analyse auch zu tun hat, sich einen Konflikt genau anzuschauen auch, ja. Was bedeutet dieser Konflikt für mich? Woraus ist der entstanden? Wie kann ich den auflösen? Welche Konsequenzen ziehe ich da raus, ja? Und ich denke, hier kommt einfach diese Gewissheit für euch, ja. Gewissheit ist absolut das Wort, das hier ganz stark sich präsentiert. Ja, die neun der Stäbe, ja, ist auch eine Schützekarte, Mond im Schützen, ja. Also da geht es eben darum, was hat für mich Gültigkeit, was tut mir gut und was muss, kann ich, darf ich vielleicht in meinem Leben verändern? Welche Grenzen darf ich in meinem Leben überwinden, um in die Weiterentwicklung zu kommen, ja? Und so unangenehm natürlich Konflikte und Auseinandersetzungen sind, die bergen trotzdem eben oft dieses Potenzial, ja, wie, ja, letztendlich wie eine Lupe Klarheit zu schaffen, ja. Ich weiß dann einfach, okay, ja, das ist meins und das ist nicht meins und dann kann ich mich danach weiterentwickeln, ja. Und ganz wunderbar, hier erwächst das Ast der Kälte daraus, ja. Weil durch diese innere Klarheit, durch diese innere Gewissheit, ja, das geht zum einen natürlich nicht ohne diesen Herzkontakt, ja. Ich muss mich natürlich schon mit meinem eigenen Herzen hier in Verbindung setzen, um diesen Erkenntnisprozess letztendlich durchlaufen zu können. Und durch diese Gewissheit, die hier angezeigt ist, ja, durch dieses, dieses, ja, diese Kristallisation letztendlich, ja, komme ich wahrscheinlich eben auch viel mehr in den Mut, meinem Herzen zu folgen, mein Herz zu öffnen, mich meinem Herzen auch zu öffnen, ja. Da in Einheit zu gehen mit meiner Herzenergie, mit meiner Intuition. Und das kann durchaus auch dazu führen, das möchte ich gar nicht so ausschließen, dass das eben auch eine andere Art von Menschen in euer Leben sozusagen anzieht, ja, weil ihr in einer ganz anderen Energie seid selber. Und dann also auch, ja, offener seid, euch, wie soll ich das formulieren, ja, es findet mehr das zusammen, was auch zusammen gehört irgendwo, ja. Da können neue Freundschaften entstehen, da kann es durchaus sein, dass eine neue Beziehung entsteht. Ja, ja, auch neue Kooperationen in der beruflichen Ebene, ja, weil das hat damit zu tun, dass ihr einfach in einer neuen Schwingungsenergie seid, in einer anderen Schwingungsenergie. Und Menschen, die einen ähnlichen Prozess durchlaufen, ja, und in einer ähnlichen Schwingungsenergie sind, ihr findet euch also sozusagen, ja, das ist wie Magnete, die sich anziehen, ja, ganz spannend. König der Münzen, sehr schön, ja, weil das bringt hier genau diese Stabilität rein, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Und acht der Schwerter, viele Schwertkarten habt ihr hier, viel Luftenergie. Ja, ich möchte hier auch gleich mal so rum sortieren, ja, ich denke hier, hier kommt man raus, ja, das Ast der Schwerter befreit einen hier sozusagen aus diesem Gedankenkarussell. Wie gesagt, ich denke hier ist eine Situation oder mehrere Situationen irgendwo im Vorfeld, die vielleicht auch schon eine ganze Weile irgendwo so vor sich hingehren, ja, und vielleicht auch zu ganz handfesten Auseinandersetzungen geführt haben. Und mir scheint, ihr kommt hier jetzt aber raus. Ihr werdet euch sozusagen eurer eigenen inneren Kraft bewusst. Ja, es ist wirklich ein Bewusstwerdungsprozess auch irgendwo. Ja, und das, ja, der König der Münzen kann hier natürlich eine konkrete Person sein, mit der ihr es zu tun habt. Auf der einen oder der anderen Seite, ja, das könnte der Konfliktpartner sein. Es kann aber durchaus auch jemand sein, der hier jetzt neu in euer Leben eintritt, ja, und auch wirklich diese, eine gewisse Stabilität hier reinbringt, eine gewisse Ruhe reinbringt. Vielleicht, wenn ihr berufliche oder andere Projekte, Wohnprojekte oder Ähnliches vielleicht angeht, ja, da ist, also generell steht der König der Münzen für Stabilität und Sicherheit, langfristige Entwicklung, nachhaltige Entwicklung. Ja, also unterstützende Energien können hier zu euch kommen. Und wie gesagt, also, es kann durchaus sein, dass hier auch jemand Konkretes im Beziehungsbereich sich zeigt. Ja, das sieht ganz vielversprechend aus. Ja, also drei der Stäbe hier in der nächsten Reihe. Ja, und dass auch diese Karte hat ganz viel Anfangsenergie, steht oft eben auch im Zusammenhang hier mit solchen Themen, ja, also wenn man längerfristig vielleicht auch mit gewissen Konflikten zu tun hatte oder längerfristig auch irgendwo sich immer wieder zurückgehalten hat aus Zweifeln heraus, aus Ängsten heraus und dann sich überwindet und den ersten Schritt in die neue Richtung tut. Das ist so ein bisschen die Energie dieser Karte. Und von dieser Position aus sehen die Dinge dann auch schon gleich ganz anders aus, als man sich das vielleicht noch bei der Acht der Schwerter hätte vorstellen können, ja. Also hier kann man wirklich, ja, so die Vision sehen. Die Vision wird viel klarer, es werden neue Ziele klarer, es werden auch die Schritte klarer, die man gehen muss, um bestimmte Ziele zu erreichen. Auch das ist eine Karte, die oft mit dem Thema Geduld zu tun hat, ja. Also, wie gesagt, wenn die Entwicklung nicht ganz so schnell ist, wie ihr das dann gerne hättet, weil ihr jetzt so energetisiert seid, werdet nicht ungeduldig, geht einfach einen Schritt nach dem anderen. Auch das ist eine Karte, die mit Unterstützung zu tun hat, mit Kooperation zu tun hat, mit Rückendeckung zu tun hat, ja. Also, ich denke, das hat sowas total Befreiendes, diese Legung von der Energie, die ich hier bekomme. Ja, wirklich dieses goldene Licht, das hier so rausscheint. Ja, vier der Stäbe, sieben der Stäbe und aus der Schwerter. Klarheit. Klarheit und Mut und Kooperation, ja, das sind hier irgendwie so die Schlüsselbegriffe, ja. Also, auch die vier der Stäbe, ja, eine Karte, die ganz viel natürlich mit Beziehungen zu tun haben kann, also auch romantischer Art, aber darüber hinaus auch wirklich mit Zusammenhalt, mit Freundschaft, mit Zusammenarbeiten. Und sieben der Stäbe, auch das ist eine Karte, die sagt so, okay, ich stelle mich dem Neuen, ich nehme Herausforderungen an und da ist so viel Kraft, so viel Energie dahinter. Wow, ich kriege mal wieder Gänsehaut, ja, und das aus der Schwerter hier auch nochmal, ja, da ist einfach ganz viel Fokus, ganz viel Energie, Schaffenskraft, Kreativität. Und, ja, so richtig, ihr seid so richtig am Durchstarten. Ja, also, Bube der Kelche hier dann in der zentralen Position. Auch sehr schön, dass wir hier diese Kombination Ass und Bube jetzt zweimal schon haben. Ja, also auch diese Herzenergie, die sich hier präsentiert, auch die nehmt ihr an, auch damit wird gearbeitet. Ja, auch hier geht es oft um Kommunikation, um sehr liebevollen, unterstützenden Austausch. Der Bube der Kelche kann auch mit Aussprachen, Entschuldigungen und Ähnlichem zu tun haben. Also, je nachdem, wo dieser Konflikt hier ist, welche Situation hier im Hintergrund liegt, es kann durchaus sein, dass man hier trotzdem sozusagen Friedensgespräche führt, dass der Konflikt irgendwo, ja, sich schon auch auflösen kann oder irgendwo, dass man einen friedlichen Abschluss findet. Ja, selbst wenn eine Trennung zum Beispiel da ist, dass man irgendwo, ja, auf diesen Punkt kommt, wo man sagt, ja, wir akzeptieren jetzt einfach, wir haben hier andere Ansichten oder wir streben unterschiedliche Dinge an, aber wir können uns hier trotzdem irgendwie gütlich einigen und dann in Frieden kann jeder seiner Wege ziehen. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass hier im Beziehungsthema sich auch was tut, dass hier jemand auftaucht und euer Herz erobert oder dass ihr hier was zusammenfindet, durchaus. Und mit dem Friedensschluss gilt natürlich nicht nur für äußere Konflikte, auch innere Konflikte, ja, diesen Frieden mit sich selbst zu schließen, auch das kann hier durchaus angezeigt sein. Ja, Königin der Kälte, wow, ja, Herzenergie und noch ein Ast, das Ast der Stäbe, also eure, ach, ich kann das gar nicht beschreiben, ja, ich kann das kaum in Worte fassen, was sich hier so auf der energetischen Ebene präsentiert, ja, dieser Blick nach innen aufs Herz, also Herz ist Trumpf, absolut, ja, und Frieden, dieser Friedensschluss, dieses in Einheit kommen mit der eigenen Herzebene, Friedensschluss, egal ob es hier um einen äußeren Frieden oder einen inneren Frieden geht, dieser innere Frieden führt also dazu, dass ihr hier Zugang bekommt zu neuen Ebenen in euch selbst, neue, wie soll ich das formulieren, ja, als hättet ihr irgendwie eine neue Energiequelle in euch gefunden, ja, und ich denke, hier öffnen sich mehr als eine neue Tür, ja, also ich denke, hier öffnet sich wirklich eine ganze Reihe neuer Türen. Hier kann auch nochmal so ein bisschen angezeigt sein, weil wir hatten ja auch diese fünf der Stäbe hier schon, dass sich mit der Zeit hier eine konkrete Idee, eine konkrete Vision, ein konkreter Weg wirklich rauskristallisiert und ihr dann auch hier die Gewissheit habt, okay, das ist jetzt genau das Richtige und genau dem folge ich jetzt, ja. Mäßigkeit, eure Karte, dann, ja, also habt ihr Vertrauen, ihr seid genau auf dem richtigen Weg, ja, die hat ganz viel auch zu tun mit dem Thema innerer Heilung, durchaus auch Versöhnung im Außen, auch hier allerdings so ein bisschen eine Geduldskarte, also, wie gesagt, wenn ihr euch so aufgeladen und energetisch fühlt und jetzt alles auf einmal machen wollt, versucht euch ein bisschen zu bremsen oder nicht ungeduldig zu werden und dann die Nerven zu verlieren und dann vielleicht doch zurückzufallen in den Zweifel, einen Schritt nach dem anderen, ja, und auch hier nochmal, also im Beziehungsthema, hier könnte es durchaus sein, dass hier sich jemand ganz Besonderes in eurem Leben zeigt. Und auch über die romantische Ebene hinaus, ja, auch einfach Menschen, mit denen ihr einen unglaublich guten Kontakt habt, ja, wo einfach das Gefühl da ist, ja, das ist, das, ja, ist mein Tribe, irgendwie, wir gehören zusammen, hier ergibt sich was Gutes daraus, hier ist eine gute Ergänzung, hier geht es weiter, oder, ja, also, mir fehlt gerade das deutsche Wort dafür, ja, sowas, wie eine Art Wahlfamilie, ja. Ja, haben wir den Wagen, Krebskarte, hier könnte auch noch ein Krebszeichen vielleicht noch eine spielen und die Zehner Schwerter, ja, ja, also, Zehner Schwerter, ja, also, hier irgendwo, hier ist was gewesen, ich denke, für die meisten von euch ist das hier eine Situation, die wahrscheinlich schon im Mai oder noch davor ganz stark eine Rolle gespielt hat und jetzt aber hier im Juni sozusagen wirklich aufgelöst wird, ja, und es ist vermutlich, ja, zwar eine Situation durchaus im Außen, aber die hat wirklich auch im Inneren sozusagen in euch was angestoßen und dadurch in die Veränderung gebracht, ja, also das, was ich hier auch schon vorhin bei der Neuen der Stäbe gesagt habe, diese Situation hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ihr, ja, sozusagen ins Wasser gesprungen seid, raus aus diesen negativen Gedanken, aus diesen Angstgedanken, aus dem Zweifel, aus der Negativität heraus und ihr habt euch oder lasst euch hier jetzt tatsächlich eben auch auf diese Herzebene ein, ja, und, ja, das gibt euch hier die neue Kraft, der Wagen ist die Karte des Erfolges, ja, auch die hat ganz viel damit zu tun, dass man hier sich in eine neue Richtung bewegt, ja, und das kann natürlich mit äußeren Veränderungen auch einhergehen, es kann durchaus sein, dass, wie gesagt, hier neue berufliche Umfelder sich auftun oder dass ihr umzieht oder, 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 das ist aber nicht zwingend so, hier geht es vor allem um diese innere Weiterentwicklung, ja, die muss nicht dann schon im Juni zwingend im Außen zu dramatischen Veränderungen führen oder zu großen Veränderungen führen, aber das, was hier im Inneren passiert, ja, das ist wirklich absolut spannend, absolut spannend, ja, hier, es ist auch eine Karte, die mit Entscheidungen zu tun hat, ja, und hier möchte ich dieses Wort auch nochmal betonen, sich zu entscheiden, ja, wieder in Einheit zu kommen, also mit sich selbst, und das ist genau das, was wir sehen, ja, hier kommen jetzt diese verschiedenen Ebenen in euch in Einheit, ja, die hören auf, miteinander in Konflikt zu sein und im Kontrast zu stehen, ja, also es wird sich hier tatsächlich entschieden und die Dinge finden zusammen, wunderschön, ja, Ja, vier der Münzen, das ist ja immer so ein bisschen eine Karte, ja, die schon ambivalent ist, wobei ich geneigt bin zu sagen, dass die für die Zukunft hier eher tatsächlich dieses Agieren aus der Harzebene auch anzeigt, ja, und das ist eine Karte, die auch viel mit dieser inneren Zentriertheit zu tun hat, ja, mit diesem Thema in Einheit sein, genau zu wissen, wo man steht, diese Gewissheit zu haben, die kann natürlich auch anzeigen, dass man in der Vergangenheit eine ganze Weile an einer gewissen Konfliktsituation festgehalten hat, aus Ängsten eben heraus, aber ich denke, es ist genau die Transformation, die hier jetzt im Juni stattfindet. Ja, hier haben wir die vier der Schwerter noch mit dazu, die Karte der Meditation, der Vision, also auch diese ganzen Schwertkarten, die hier in dieser Transformation stehen, also hier sind wirklich, ist eine neue Denkstruktur, steht hier dahinter, man macht sich andere Gedanken, man richtet sich gedanklich innerlich neu auch aus, ja, viel konstruktiver, das ist eine konstruktive gedankliche, Entschuldigung, gedankliche Karte, im Gegensatz zu dieser destruktiven gedanklichen Karte. Also neue Visionen, neue Visionen, innere Ruhe, innere Klarheit und aus dieser inneren Klarheit kommt diese Aktionskraft, ja, also wir haben jetzt das dritte Ass-Bube-Paar, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll, hatte ich glaube ich in der Form bisher auch noch nicht, also hier ist wirklich Umbruch, Umbruch, Umbruch in eine sehr schöne Richtung, also in eine absolut fantastische Richtung für euch und auch hier nochmal aus der großen Arcana kommt die Bestätigung mit dem Rat des Schicksals, also das steht ja auch eben für wirkliche Umwälzungsprozesse, für Transformationsprozesse und Veränderungsprozesse, anders als bei anderen Transformationskarten ist bei dem Rat des Schicksals oft aber die Transformation wirklich aus der inneren Entwicklung raus, aus dem eigenen inneren Entwicklungsprozess raus, aus dem eigenen inneren Willen heraus und Wunsch heraus, ja, sehr, sehr spannend, ja, und ja, neue Chancen, neue Türen, absolut. Ja, weil der Schwerter, ja, innerer Zweifel, der möglicherweise dafür verantwortlich war, dass man hier länger dran festgehalten hat, aber hier kommt diese Loslösung, ja, raus aus diesem Zweifel, weil der Zweifel kommt hier eben genau aus dieser Disharmonie zwischen Herz und Verstand, ja, und das, was eben geschieden hat und das wird hier jetzt aufgelöst und zusammengeführt. Tja, und dann haben wir hier mit der Neuen der Kälte die Wunscherfüllungskarte der kleinen Arcana, also Träume, Träume werden wahr und macht ihr auch für euch wahr, ja, Ihr setzt hier eure Visionen jetzt um, ja, und hier dann zum Abschluss die zwei der Kälte, wunderschöner Abschluss, ja, also Frieden, Liebe, ja, innere Versöhnung, auch hier das Thema der Entscheidung im Sinne von wieder in die Einheit zu kommen mit sich selbst und wie gesagt, für einige zeigt sich hier auch jemand, und zwar, ich denke, das kann hier wirklich jemand Besonderes sein, hier sind einige Karten, die mit dem Thema Seelenpartnerschaft zu tun haben, ja, und hier, ja, kann es für einige sein, dass sich hier jemand Besonderes wirklich zeigt. Ja, ja, also der Turm, ja, hier, der ja also zu tun hat, das ist auch total interessant, dass die Legung damit abschließt, ja, Weil beim Turm spielt irgendwo immer auch das Thema Illusion eine Rolle, falsche Vorstellung, falsche Erwartungshaltung, also alles in Anführungszeichen, aber man hat sich hier irgendwo so einen Elfenbeinturm gebaut, der, der einfach, ja, nicht der Wahrhaftigkeit entspricht, nicht deiner Wahrhaftigkeit entspricht, ja, sei es im Beruf, dass man irgendwas beruflich angefangen hat, weil man sich gesagt hat, ja, das ist vielleicht ein Beruf mit Zukunft, der hat Sicherheiten irgendwo, aber der schwingt so überhaupt nicht mit euch, ja, nicht mit dem, woran ihr wirklich glaubt, was euch wirklich interessiert, was wirklich eure Talente sind, oder man hält an einer Beziehung fest, also egal, ob im romantischen Feld oder im Bekanntenkreis, ja, aber man trifft diese Person und da ist, man spürt, da ist gar keine Gemeinsamkeit mehr oder, ja, wir verstehen uns eigentlich gar nicht mehr, also alles, was so nicht wirklich wahrhaftig ist oder war in eurem Leben, das wird hier so, das fällt einfach weg, ja, das fällt irgendwo weg und zu Tage kommt das, was tatsächlich für euch Gültigkeit hat und das kann durchaus sein, dass ihr euch, dass ihr, ja, so ein gewisses, auf einer gewissen Ebene euch darüber schon bewusst war zuvor, aber jetzt kommt diese Kraft und dieser Mut dazu, ja, der eben dazu führt, dass ihr sagt, okay, ich lasse das hier los, ich lasse die Dinge jetzt wirklich auch wegfallen und nehme hier mit meiner Wahrheit und mit meiner Klarheit gestalte ich hier meine Zukunft, ja, und ich kann die eben auch sehen, weil ich jetzt weiß, was wirklich wichtig für mich ist, wo ich vielleicht auch keine Kompromisse mehr eingehen möchte, ja, und das alles führt sozusagen auch zu diesem inneren Heilungsprozess, ja, in zweiter Kälte ist eben die Karte der Herz- und der Seelenheilung und führt eben auch dazu, dass möglicherweise sozusagen Raum geschaffen wird in eurem Leben, auch für neue Beziehungen, neue Menschen, ja, total spannend und ich denke, das wird hier noch ziemlich spannend, wie es weitergeht auch im Juli und, also diese ganzen Wandlungsprozesse, wer den Kanal öfter mal verfolgt, weiß, ja, also dieses ganze Jahr 2021 ist eben auch ein Jahr, das genau mit diesen Energien zu tun hat, ja, das sind natürlich Herausforderungen und das kann oft auch verunsichern, ja, vor allem, wenn man in diesen Punkten steht, aber sich dann klarzumachen, dass das weitergeht, dass es sich weiterentwickelt und dass hier auch nicht dieser Schmerz, der das Ziel ist, sondern eine Begleiterscheinung, auch das kann eben helfen, hier schneller aus so Konflikten und Ängsten und so weiter rauszukommen, auszusteigen, in den Mut zu kommen, in diese Kraft zu kommen, ja, und, ja, das ist eigentlich das, was ich euch dazu sagen kann und ich möchte euch aber trotzdem auch noch darauf hinweisen, ich habe ja so eine kleine Miniserie angefangen mit Märchen und Geschichten und Sagen aus der ganzen Welt, aus verschiedenen philosophischen Regionen auch, ja, aus dem Sophismus, aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, die einfach, ja, mit den Archetypen auch arbeiten, die wir eben aus dem Tarot kennen und die eben auch, ja, Weisheiten, gewisse Wahrheiten, gewisse Inspirationen auch in sich tragen und vielleicht eben auch gerade in diesen verrückten Umbruchzeiten, ja, Stabilität geben können, wie gesagt, Inspiration geben können, vielleicht Mut geben können und wem das gefällt, ja, ich werde das hier irgendwo verlinken im Video und auch unten in der Videobeschreibung und, ja, ja, seid natürlich herzlich eingeladen, euch das anzusehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz fantastischen Juni und sage alles Liebe von dieser Stelle. Namaste, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Musik 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 Musik